Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Tech-Town mit Lord Nilos, der da irgendwas macht, aber keine Ahnung. Was wollte ich denn jetzt machen? Kann ich den Mining Laser haben für Obsidian? Du kannst es mal probieren. Wie viele Redstone Engines brauchst du nochmal? Vier. Jetzt habe ich acht. Ist egal. Jetzt machen wir zwei Pumpen, kann auch nicht schaden. Gold Ingot, Iron Ingot. Haben wir noch für Klingslohn? Was brauchst du jetzt noch für eine Pumpe? Die normale Pump. Okay. Tank. Aber der geht ja leicht. So ein Gold Ingot. Und Iron Ingot. Zack. Eine Spitzhacke und ein Iron Gear. So, ich habe einen Minium Stone. Ah, ist doch gut. Und was kann man da machen? Damit kann man verschiedene Materialien umformen. So, was sollte ich denn jetzt... Ich wollte noch den Induction-Fernance. Elektrik-Fernance, Advanced Machine Block. Hm, habe ich hier noch einen Elektrik-Fernance? Elektrik-Circuit. Bäh. Können wir den Rift-Remover hier nochmal benutzen? Zack. Ist ja kaputt und das Rift ist weg. Gut. Hm, mhm. Ich wollte jetzt... Was möchte ich denn jetzt machen? Philips, wir brauchen auch noch... Äh... Robert Fries, ne? Hm. Mach ich gleich irgendwann. Die brauchen wir auch noch. Brauchst du nur eine Pumpe oder zwei? Mach euch zwei, wenn du schon acht Reds und Engines gemacht hast. Achso, okay. So. Hm. Ich frage mich gerade wo die Copper Cable sind. Oder haben wir hier keine mehr? Wir hier keine mehr haben das Scheiße. Muss ich sie hier abbauen? Wir haben hier hier noch überall welche liegen. Das ist okay, ne? Das ist okay, ne? Ich hab schon wieder Diamanten gefunden. Lol. Dafür brauchen wir eigentlich Rubber Trees. Ich hab noch vier Stacks Rubber. Äh, du hast Rubber. Aber wir brauchen ja trotzdem auch später noch Rubber. Heilige Scheiße, Mann. Was geht hier unten? Das ist da explodiert. Ach, nun, Creeper. Nein. Hat wieder den MFSU hochwerten, ne? Nein. Er war auf die halbe Stunde in diesem Durchgang, in diesem Verlassenen. Ja. Bei uns ist alles verlassen. Bei uns ist alles verlassen. Alles ist verlassen. Redstone. Redstone. Refund Iron. So, bitteschön. Gold. Das brauch ich nicht. Wo sind jetzt das Redstone hin? Hier. So, so, so. Iron Furnance. Und das. Und das und das. Electric Furnance. So, Master. Ich hab deine Sachen fertig. War das meine Sachen? Ja. Das klingt doch mal gut. Die dürfte sich aufreizen, ne? Genau. Okay, äh, dann komm mal runter, würde ich jetzt sagen. Verdammt. Das geht nicht. Mit dem Mining Ranger. Ich hab auch noch 14 Diamanten jetzt für dich. Ne, Diamanten hab ich jetzt 10 Stück selbst. Ne, ich mein Fips. Fips. Achso. Ja, das ist gut. Dann kann ich noch nen Helm für Rinden machen und irgendwas brauchte ich noch für Diamanten. Hier sind die Diamanten drin. Hier. Danke. Äh, wo soll ich dir die Pumpe und so hinpacken? Schmeiß ich mal auf dich rauf. So. Okay. Ja, das ist gut. Das installier ich dann gleich im Nähter, wenn ich Zeit hab. Aber wir haben keinen Kuppis, sollen ja gar nichts, ne? Ich muss die Cryrie auch mal aufstellen. Doch. Du musst, du musst mal bei, ähm, Hangman reingucken. Ach der hat noch Kuppis drin? Da hab ich mir auch, da hab ich mir auch noch Holz und so ein bisschen geklaut, ja. Vielleicht noch ein bisschen. Okay, dann gucken wir doch mal. So ein bisschen Klauen kann man, ne? Boah, da sind überall Sklette drin. Echt? Ja übelts. Weiß auch nicht, was der mit seinem Haus macht. Der hat's ja letztens abgefackelt. Ja, mal wieder. So. So. Was haben wir denn hier so? Ah, hier. Ja, ist ja super. Könnte ich mir ja den richtigen Kuppis so mitnehmen. Nachher hat er gar keine Utensilien mehr mit. Ach Gott, so schnell geht's auch nicht. Nein. So, jetzt bauen wir natürlich einen neuen Eingang in den Neta. Wo hab ich denn das, wo hab ich denn damals das Portal gebaut? Ach, da unten, genau. Dann muss ich mal noch zwei Enderperlen jetzt bauen. Ein Rift Signature machen. Und Eisen. Ach, ist ja Quatsch. So. Und daneben braucht man genau diese Türen. Ach, da unten ist ja noch eine. So. Gut, dann bin ich wieder ausgestattet. Ich geh nochmal in den Neta. Rind, ich hab was für dich. Obsidian? Ne, dein Helm. Das ist natürlich... Hast du in deinem Haus ne Kiste oder so? Ich mach das jetzt mal so. Ja. Dann bist du grad selbst. Aber du hast ja deinen komischen Solarhelm. Ich weiß nicht, ob du den gebrauchen kannst. Nö. Den hab ich auch nur genommen, weil er in der Kiste war. Ach so. Dann machen wir einfach noch eine. So, ich geh nochmal in den Neta und hoffe, dass ich diesmal nicht sterbe. Oder sonstiges tue. Pass auf das Portal auch. Nö. 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 Ich muss halt im Prinzip jetzt mal... Brauch das mal mit Cobblestone zu. Ich muss jetzt halt bis zur Festung kommen. Das wär gut. Bis zur Festung wär super. Kommst du mit, Phipps? Ich wollte noch irgendwas anderes tun. Ich weiß grad aber nicht was. Das regnet mir gerade. Ach du Scheiße. Okay. Nur zwei Herzen. Handy ist aus. Meine Presse. Okay. Jetzt bin ich hier rausgekommen. Das Portal... Die Festung ist 1000 Blöcke weg nah. Kann man das schaffen? Könnten wir. Okay. Die Pigments sind schonmal nicht aggro auf mich. Das ist schonmal gut. Okay. Äh. Was denn? Ja. Da muss ich jetzt. Ah. Gibt's nicht ne andere Möglichkeit das Videon zu farmen? Mit dem Mining Turtle? Mining Turtle, ja. Das ging so. Habt jemand eine? Nö. Sind alle verschollen glaub ich. Genau. Die sind alle... Alle weg. Muss jetzt mal kurz gucken was die braucht. Leg mal wieder meinen Mining Laser dann mal zurück in die Truhe. Den brauch ich dann noch. Die ist eigentlich über Gold. Ich kann's doch nicht mitnehmen. Wo ist denn? 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 Hat noch jemand Larpes Larpes für mich? Ähm. Ich könnte ja welches mitbringen können aber ich hab meinen Mining Laser nicht mitgenommen. Ich bin gleich an der Festung und da kann ich dir dann gegebenenfalls was farmen. Wie viel brauchst du? Bisschen, dass es erstmal wieder reicht. Kann ich mir den Computer nehmen, den du unten in deinem Haus hast? Theoretisch... Ah ne, da sind noch Programme drauf. Die sind aber auch nicht so schwierig. Jaja, ich weiß, aber ich hab jetzt keinen Bock. Warte, ich mach eben meinen Computer. Oh, kommen wir uns nochmal durch. Wie weit geht das denn hier runter, man? So. So. Und da sind wir gleich da. Hier generiert sich sogar grad noch der Nähter. WTF? Festung. Ich glaube ich geh jetzt mal selber in den Nähter. Ja warte, 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 warte. Gleich, äh, ich hab gleich, ich hab das Portal gebaut. Ich bin bei der Festung. Achso, hast du noch keins gebaut? Ja, ich bin gleich bei der Festung. Und wenn ich in der Festung bin, kann ich eine gewisse Base bauen, weißt du? Aha. Das wäre ganz praktisch. Ich glaube hier sind sogar Lohnspawner und die ganze Scheiß. Also das ist ganz geil. Ja, machen wir mal hier hinten. Wie ist der Strom ausgegangen? Jep, da sind Lohnspawner. Ich mach hier mal dicht. Sooo. Und dann kannst du... Jetzt gleich rein. Wieso braucht man denn mal so scheiße? Achja. Okay, jetzt funktioniert's. Es funktioniert. Ich hab's hinbekommen. Äh, Phipps? Ich kann gar nicht. Ich lad grad mein, mein Gläser auf. Aber ich seh dich, ja. Ah, theoretisch könntest du jetzt in den Nähter durch die Tür. Okay, mach ich gleich. So. Ich baue dann auch mal schnell die Apparatur da auf. Hast du überhaupt schon die Geo mit, äh, Geothermal? Ja, brauch ich ja nicht. Äh, ich brauch halt theoretisch vorerst erstmal nur die, ähm... Ah, du bist ja. Die, ich stell jetzt erstmal die Pumpen auf und dann muss ich... Aua. Die Phase Transport Pipes und die ganzen Crap noch machen. WTF, wie? Wie konnte ich dich treffen? Ich regeniere mich auch grad nicht. Das ist ein bisschen... Und hier muss ich eigentlich auch alles aus Koppelsturm machen, damit das nicht kaputt gehen kann. Und mit dem Dach und eigentlich alles. Aber wenigstens ist hier drunter schon mal ein angenehm großer Lavasee. Warum mach ich das eigentlich hier? Ich müsste direkt über den Lavasee. Hier so. Ganz ehrlich, der Gast schießt jetzt schon an. Boah, diese Scheiß. Gast, ey. Machst du ihn down, oder? Ich mach schon, ich mach schon. Eher mit dem Mining Laser mach ich schon. Wenn ich den mal treffen würde. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Alter, der fliegt weg von mir. Was ist das für ein Arsch? Jetzt komm doch her, Mann. Warum schießt du mal Mining Laser? Was ist denn das? Der fliegt echt vor mir weg? Ha. Mann, ey. Ich hab nichts zu essen mehr. Hast du noch was zu essen? Ah ne, ich hab ja was zu essen. Ich glaub ich hab was. Was ist das? So. Was denn? Wir könnten noch eine Folgenpause machen. Ach so. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Okay. Jo. Ja, gut. Gut. Dann bauen wir in der nächsten Folge... Diese Folge haben wir eigentlich gar nichts erreicht. Naja. Egal. Dann bauen wir in der nächsten Folge dann die Lava-Dingens hier. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.